Ähm... Andere Musik von der Wind? Nicht! Sieg! Einmal verbannt. 112.3. 129 Erfahrungspunkte. Key Level 16. Aha. Ah, dann verteilen wir mal schnell die Punkte. Wer hatte Key? Das mach ich aus, Queen. So, wir gehen übrigens dann, glaub ich, hier mal durch einen Speicherpunkt. Warum mal einen Speicherpunkt? So irgendwas zu bedeuten haben, mittlerweile vorher nie einer. Naja, ich hab meine Öffchen. Die hab ich noch. Wir müssten eigentlich schon extra fault sein. Sinnlos. Naja. Dam, 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 dam. Da kann ich nicht hoch. Weil wir die Schare so schön hinterher zuckeln, ne? Und schon, ja, Blobs. Was hast du eigentlich für Technik? Den Bonus-Schlag? Ähm... Probier mal mal aus. Waaat! 530 Schaden! Mädel, bist du immer! Aber das verbraucht ja 15 MP. Waaat! Ich schneid wieder in den Kampf. So, weiter geht's. Ich glaub, ich muss da mal, wenn ich jetzt aus dem Dungeon raus bin, aus dem Gebirge, ein bisschen devillen. Weil, Sif, ich hab mich ein bisschen zu schwach, hab ich das Gefühl. Oh, neue Gegner, schon wieder. Mal sehen, ob auch die Truhen wieder befüllt sind. Nein. Ah, ja, klar. Warum sollte jemand auch nur neue Gegner platzieren? Und, naja. Neue Gegner, mal gucken. Oh, Nissen. Oh, nein. Ich hasse auch Nissen. Aber... 5 Schaden. Naja. Wie viel habt ihr? Oder 65? Ach, du Scheiße. Hat Glück, dass ich den Doppelmoppel hab. Und sonst wär das hier total... Ja, du, verteidigst mal, wenn du zu wenig HP hast, momentan. Ja, dann macht's auch 5 Schaden. Schon jetzt. Meine Güte. Ach, die Musik gefällt mir irgendwie gar nicht. Die ist so komisch. Und Sif spielt auch immer mit dieser Fette hier rum. Egal. Nicht. Naja. Dam, dam. Hm, 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 hm. Hm, defensiv. Wie immer. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Und magistratee, permett hapt man sich selbst von einem optifenden quality flipen ... permet für Sie.' Ja, dein Starまで nicht auf Bridge. Er hat in den großen, ein Fetttele bootstopia, Deinemiuscke, ja? here on you, ja. Passantäne du bisschen vieltrans interviewing gemacht? Schlüssel versus Starhanderthin' Dann sch nit. Ou so! Einkade, ich schlaue. Und auch die, die auf, ähm, äh, Zaubert getrimmt ist, dem Key. Hm. Dementsprechend wäre es ja auch leveln. Dam, 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 dam. Gegner. Und weiter geht's. Wieder ein Gegnerblatt gemacht. Ja, das Level. Wie gesagt, werde ich den wieder ausschneiden. Und jetzt mal konzentral endlich mal nach Ewigkeiten. Ich habe nämlich herausgefunden, dass man mit Schutz auch die, ähm, andere Gruppenkrieger schütten. Boah. Und alle 18 Schaden. Und alle 19 Schaden. Äh, andere Gruppenkrieger schützen kann. Was ist schlecht, Kenepp? Und wir sind beide tot. Haha. Dam, 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 dam. Key Level 17. Key Level 12. Das ist gut. Wieder verteilen ist gleich. So, fertig. Und wir gehen jetzt weiter. Wenn in der nächsten Stadt nichts Großes passiert, werde ich dann, wie gesagt, leveln. Das ist Level 15 oder so. Äh, wo ging es nochmal lang? Links, bei rechts geht es dann nicht lang. Aber ja, die Brücke eingeschätzt, sowas ich weiß noch. Blobs, da habe ich keine Lust. Die sind nervig. Auch jetzt sind die noch nervig. Und Nissen, naja, auch nervig. Aber ich glaube, ich bin stark genug. Wenn nicht, habe ich High Items. Und daher... Gehen wir jetzt weiter. Vielleicht kommt ja auch nochmal ein Bosskampf. Gegen diese... Gegen Black Mage und Fighter. Schwarz-Magier und Kämpfer. Äh, Krieger. Kämpfer. Doch, Kämpfer. Und Krieger heißen sie in... In der PS1-Lision von FF1. Warum es der FF1 verarscht hat, weiß ich nicht. Speichepunkt. Äh, ich sollte nochmal heilen, glaube ich. So, du, du, du. Weißt ja auch viel. Ja, du brauchst nicht geheilt werden, meine Liebe. Ähm, MP auffüllen. Vor allem bei dir. Ist das wichtig? Weil du da so einen Überangriff hast, warum auch immer. Wenn man uns nicht mehr auseinander Schaden macht. Mal gucken, ob die Gegner... Ne, Gegner kommen. Warum stand da ein Speichepunkt? Muss ich nicht verstehen, glaube ich. Naja. Wir sind aber bald da. Hoffe ich zumindest mal. Hä? 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 Äh, was ist das? Die HP. Alter. Ich hatte erstmal das schwache Virus. Boah. Alter, vor allem das hat es nur 165 HP. Okay, ich sag nicht ein bisschen imbar. So, äh, Gewaltschlag. Das braucht weniger. Hm, 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 hm. Du machst trotzdem genug Schaden. Oh, ja, genau wegen Doppelmoppel. Hm. Dam, dam, dam. Oh, zier, Schaden. Das ist nicht wenig. Äh, du wirst an. Bam. So, fertig. Jetzt sind so ein wie kein imbar-verte... äh, imbar-angriff. Hm, 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 hm Normaleingrafen macht zwar in die Schaden, aber das gibt auch ein bisschen was. 352 Erfahrungen. Traktieren gelernt. Äh, was ist das? Mal gucken. Eine Serie kräftig über 15 kostet das. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Hat auch viel HP, 265. Naja. Weiter. Nee, ich will jetzt nicht mehr kämpfen, weil ich will dann später aufleveln. Das wird dann wieder ewig da und das aufleveln. Wie ich Mondstein bisher kenne. Naja. Aber das Leveln werde ich nicht mehr vereinfachen. In dem Spiegel jedenfalls ist es nämlich noch einigermaßen erträglich, das Leveln. Ich finde, noch Hanna, 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 Hanna. Oder wie es ausgesprochen wird. Komischer Name zwar, aber egal. Was ist denn hier los? Warte. Was ist denn hier los? Ich liebe das Bierfest. Hier kann man den Frust eines ganzen Jahres auf einen Schlag wegstaufen. Klingt toll. Wieder mal der blöde Junge, der Hinkämmer, ja. Na, bleibst du, bleibst du, bleibst du stehen. Hallo? Hallo? Schunkel, schunkel, alles dreht sich. Ja toll, wenn du besoffen bist, kann ich auch nichts dafür. Hallo? Das Bierfest lässt mich sogar vergessen, dass wir schon seit langem keine Kartoffeln mehr zu essen hatten. Hä? Kartoffeln? Wo so ist es nicht durchlaufen? Ehrlich, endlich ist wieder das Bierfest. Wenn ich doch bloß einen Kartoffelschäler hätte. Ähm, ja, toll. Bierdeckel, ich will mit dir reden. Ach, die kann, ach jetzt. Ich auch, ich auch. Ja, ich muss auch Bier trinken oder was. Beeindruckend. Dass der Typ schläft. Sinnlos. Naja. Die Tust ist dann doch auf dem Bierfest, was auch ein bisschen komisch ist. Und diese komischen Ecken, naja. Kann ich dich anlabern? Nicht. Na gut. Was sagt ihr? Es gibt noch Bier. Gesegnetes Bier. Epische Non-Armationen, weil ich die jetzt im Laufen unterbrochen habe. Hm. 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 Pff. Lol. So, was sagst du? Ich kann nicht mehr. Oh. Ja, Deckel. Ich glaube, ich werde die Sachen erst nicht alle. Oh, was geht denn mit der Katze ab? Was geht denn mit der Katze ab?